Ich grüße euch. Ich bin in der Nähe von Vorbach unterwegs mit ein paar ukrainischen jungen Männern. Es macht echt Spaß, ein bisschen einfach so zu wandern. Und die kennen sich aus mit Pilzen und die haben einen Blick dafür. Wir haben schon ein paar essbare Pilze gefunden, einfach so nebenbei. Ja, in diesem Sinne grüße ich euch einfach mal aus dieser Stelle hier. Ich bin richtig froh, so ein bisschen rauszukommen. Heute mal das erste Mal wieder, dass die Sonne so richtig klar am Himmel steht und der Himmel so schön blau ist. Auch das macht Spaß natürlich. Also, bis dann mal. So, wir sind schon auf dem Abstieg für heute. Wir kommen hier beim Hellkopf vorbei. Und man hört natürlich von überall die Schwarzwald-Hochstraße. Selten so hohe Kiefern gesehen. Da unten auf dem Netto-Parkplatz beim Bahnhof Vorbach-Schwarzwald-Hochwerkepark. Jetzt kommen wir noch zu diesem Stolbischen. Malzplöcke. Und das ist unsere Ausbeute. Wunderbar. Wunderbar. Ja. 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 Ja.